hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge cyberpunk 2077 und einem weiteren tag in night city in diesem video möchte ich euch was besonderes zeigen und zwar holen wir uns das komplette fixer set legendär vor free ihr habt richtig gehört vor free und es ist ein komplettes set es ist jetzt ein set im sinne von dass man dazu ein set bonus bekommt sondern die im namen steht schon dass es irgendwie zusammen gehört und wenn man das alles komplett trägt passt es auch zusammen und zwar nennt sich dass das halt das fixer set und wir fangen am besten mal an in japantown das set selber hat alle slots also hose schuhe eine brille und eine jacke aber kein hut und kein überzug so dass man den hut quasi für sich selbst noch mal kombinieren kann eine fedora passt halt ganz gut aber ihr werdet es ja später sehen wenn das set einmal komplett ist anfangen tun wir wie gesagt in japantown beim cherry blossom market nehmt am besten dazu dann den entsprechenden speicherpunkt und markiert euch quasi dafür das erste joy toy du hast ja hier zwei markiert euch diesen hier und geht da einfach mal drauf zu wie gesagt wir gehen da gerade vom speicherpunkt aus gehen dann hier die treppe hoch und sind dann quasi neben dem blossem prix zum eingang in der trick street also dem rotlichtbezirk und da ist das joy toy das war markiert haben an dem geht ihr vorbei in diese gasse springt auf die mülltonne und da seht ihr schon so einen kleinen parkour so dann hier drauf auch kommen dann auf das gelände dann die treppe hoch und bei der letzten treppe ist dann hier eine gelbe treppe die dann auch hoch wenn ihr oben angekommen seid und die riesenstatue seht seht ihr hier diese kleine hütte packing moxes und wie immer liegt dort eine leiche mit geschenken und dort findet ihr die hose man muss dazu sagen dass beim männlichen und beim weiblichen wie das jeweils anders aussieht also komplett anders aussieht beim weiblichen wie würdet ihr jetzt hier einen rock finden ich habe jetzt hier eine hose ohne slots ihr kennt den trick ja wenn ihr die bestmögliche hose wollt mit den meisten slots glaubt zwei ist bei der hose das höchste speichert am besten bevor ihr reingeht also bevor ihr den legendären punkt sieht speichert hier ab geht hin guckt euch an was die hose hat wenn euch das nicht gefällt ladet ihr neu geht dann wieder rein und macht das so lange bis ihr die hose habt so wir haben jetzt die hose nehmen wir dann was jetzt auch noch mit und ich zeige sie euch einmal kurz ich meine wir werden das gleich nochmal zusammen sehen ins set aber das ist die fixer hose mit schutzschicht und wir machen uns auf zum nächsten punkt für das nächste teil bleiben wir in japantown und zwar gehen wir wieder zur schnellreise und reisen dieses mal zu christend und brot also wie gesagt immer noch japan tauren ziemlich die mitte und reisen einmal hierhin und dort angekommen ist das auch eine belebte gegend und das teil das wir suchen ist ziemlich schnell zu finden gesagt wir starten hier sehen halt direkt die leuchttrik haben vor uns gehen rechts rum um diese säule und quasi in diesem parkbereich zumindest in die richtung hier sehen wir das kaputte auto auf das wir zusteuern und in dem auto liegt eine leiche und die leiche hat halt die passenden schuhe dazu wie man sieht steht halt auch schon im namen fixer schuhe mit verstärkten nähten und das sind halt die passenden schuhe zu der hose und dann würde ich sagen gehen wir wieder zurück zum speicher punkt und machen uns auf den weg für das nächste teil des legendären fixer sets für das nächste teil gehen wir in den östlichsten teil von heywood und zwar wenn ihr hier auf der karte guckt am besten bei skyline east es kann natürlich sein dass noch nicht jeder den speicher punkt hier hat weil der erst einmal angesteuert werden muss damit er erscheint deswegen setzt euch den marker direkt hier hin so wie ich das gemacht habe könnt euch gut an dem zahnrad gebäude hier orientieren wie gesagt ganz im osten von heywood und dort ist ein speicher punkt am speicher punkt angekommen werdet ihr quasi so dort landen ihr seht halt dieses riesige gebäude auf das rennen wir mal zu und geht dort einmal rum hier ist so eine gasse da gehen wir rein ihr könnt die leute hier einfach mal außen vor lassen oder könnt ihr unboxen so wie ihr wollt wenn ihr daran vorbeigelaufen seid geht hier um die ecke also da wo diese container stehen wo diese kleine mauer ist einmal um die ecke und dann hier bei den containern liegt wieder jemand rum der das passende oberteil zu dem fixer set hat wie man auch sieht hier steht wieder fixer mit dem namen und ja das geben wir jetzt natürlich auf und ziehen das mal an ja genau ist natürlich die jacke einmal dafür ausziehen das ist ein richtig schönes hemd beziehungsweise schöner polo mit dem gold schwarz übergang sieht auf jeden fall richtig nice aus und wie gesagt passt halt auch gut zu dem rest des outfits wobei das gold natürlich ein bisschen heller ist wie bei der hose aber ich denke das macht auf jeden fall was her und dann würde ich sagen immer wieder zurück zum nächsten schnell reisepunkt und machen uns auf den weg zum nächsten teil des fixer sets so für das nächste teil müssen wir nach santo domingo und zwar hier unten in den südlichen teil nehmt am besten diesen schnell reisepunkt ranzo coronado south und fahrt zu diesem punkt hier runter macht euch da am besten eine markierung hin an dieser kreuzung weil dadurch ist es am einfacher zu entdecken wie gesagt santo domingo dieser speicher punkt hier eine markierung hin machen und dann landet ihr quasi an dieser kreuzung orientiert euch am besten an dem stadion beziehungsweise an den leuchtreklamen da oben und an dem ersten gelben tor hier auf das fahren wir zu aber wir müssen war sie zwischen dem kran und der wand hier lang fahren und dort sehen wir ein gekresstes auto mit einer leiche und wenn wir zu der leiche gehen wenn wir hier die passende brille da steht auch wieder fixer mit dem namen und das ist halt die passende brille zum set bei männlichen wie hat die so was so ein bisschen was hippie mäßiges mit den goldenen gläsern und dem weißen ranz mit den großen plastik dingern bei der weiblichen wie sieht es halt aus wie eine pilotenbrille die halt ja goldene gläser hat da sieht es wie gesagt ein bisschen besser aus bei männlichen wie ist es mehr so diese hipster brille und genau die findet man halt in santo domingo und wie gesagt auch hier wieder wenn euch die die slots nicht gefallen speichert am besten bei der kreuzung einmal ab geht gucken wenn euch das nicht gefallen ladet das spiel neu geht dann noch mal gucken bis ihr quasi die anzahl slots haben wollt oder die euch am besten zusagt also meiner erfahrung nach sind immer zwei slots das höchste was du bei so random teilen finden kannst aber ja ihr wisst wie das funktioniert und wir machen uns auf ich glaube das letzte teil zu finden und zwar ist das die passende jacke zum set und den letzten teil des sets bleiben wir in santo domingo und zwar gehen wir in den ostlichen teil orientiert euch mal quasi an diesem leeren spot und ich würde vorschlagen benutzt den reisepunkt kendall park wenn ihr den habt wenn ihr dort seid ist das eigentlich ziemlich leicht zu sehen weil das dieses umgekippte riesen rad ist zudem müssen wir auch hin wir gehen also quasi in diese kleine obdachlosen siedlung die sie hier gebaut haben gehen zu dem riesen rad hin und dort seht ihr halt schon die umgefallene kabine mit dem legendären stück dort finden wir halt die dreilagige aramid fixer jacke also auch wieder fixer im namen geben sie auf und ziehen sie an vorher möchte ich mal die mütze abnehmen weil wie gesagt die passt halt nicht und das ist halt die jacke zum set und damit haben wir das hat auch komplett immer natürlich mal irgendwo hin wo ein bisschen licht haben beziehungsweise wir machen uns einfach mal licht so und schauen uns das ganze mal aus der nähe an so sieht halt das jetzt halt komplett aus wie gesagt mit der brille den goldenen händen die hose die schuhe und die passende jacke dazu das gehört halt alles zum set am anfang habe ich mir halt auch gedacht irgendwie weiß nicht also die farbgebung alles ist so goldig gehalten auf einmal hast du so eine blau grüne jacke aber wenn man das gesamtbild betrachtet sieht es trotzdem gut aus und macht natürlich was herner vor allem auch mit den passenden schuhen einen kopf schmuck gibt es dafür nicht also ich habe weder eine mütze gefunden noch sonst irgendwas und auch wenn ich im internet danach gesucht habe habe ich dazu nichts passendes gefunden was dazu kommt man kann natürlich so eine schieber mütze nehmen so eine standard schieber mütze um den zuhälter look so ein bisschen zu vervollständigen weil sind wir mal ehrlich das hat mehr was von einem zuhälter als von einem fixer oder aber und die als habe ich die natürlich gerade nicht dabei aber wir können mal es gibt ja diese sache schnell diese stromützen beziehungsweise diese anderen mütze jeder auf jeden fall auch zu passen könnten und zwar ich muss ja dringend mal aufräumen man könnte auch ein cowboy hut nehmen aber ich habe genau diese fedoras nehmen wir erstmal den cowboy hut naja nicht wirklich aber die fedora denke ich die passt ziemlich gut dazu wie gesagt hat ein bisschen mehr was von einem zuhälter holen uns dazu noch die passende karre naja auch schön gold gehalten und da denke ich da passt es auf jeden fall besser zu wie gesagt das ist halt das fixer set beim männlichen wie beim weiblichen wie sind sieht das halt komplett unterschiedlich aus das ist halt das männliche fixer set mit dieser eckigen brille vor allem das hemd und die schuhe gefallen ganz gut beziehungsweise die hohe schuhe die hose und schuh kombination bin ich macht auf jeden fall was her und ja ihr habt gesehen wie man es findet ich hoffe euch gefällt der style euch gefällt das video ich danke euch auf jeden fall für die zeit dass ihr das mit mir zusammen gemacht habt und wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis zu diesem zeitpunkt haut da rein und ciao